Hallo und oh Gott! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom! Muss ich euch munter los geht! Da ist schonmal für die blaue Kikart... Wow, das geht jetzt echt flott! Moment, Mikrofon ein bisschen richten! Geht mir fast zu flott! Wow, nicht so einer! Das ist immer ne Idee! Jetzt bin ich unsterblich, glaube ich! Yep! Bisschen Munition verschwendet? Ist doch schön! Oh nein! Oh nein! Radiation? Trau ich mich mal nicht rein! Wie komm ich da... Okay... Ha! Oh! Wer hört mich hier, dass ich schieße? Hier! Aua! Da wäre die... Blaue K... Äh, die gelbe Kikart! So, dass ich leider nicht da rankomme! Oh! Da wäre der gelbe Eingang! Okay, 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 okay! Ich habe noch nicht einmal auf die Karte geschaut! Werde ich jetzt auch nicht! Ich finde das gerade so interessant hier! Es so zu machen! Da hinten war jemand, oder? Ja! Alte Freunde! Na komm schon! Perfekt! Zack! Zack! Ja! Okay, ich muss dann doch einmal schauen! Inter... Uh! Wo hat sich der hin teleportiert? Ich huske es mal! Papp! Wo war ich denn da jetzt? Aha! Ich brauche einen roten Key, um die Tür zu öffnen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und das sind ja anscheinend essenzielle Dinge! Also nicht wir, ich! Besser gesagt! Da ist irgendwann eine Tür... Ah! Ah! Aua! Aua! Gibt es ja nicht! Ein Schalter haben wir da hinten! Interessant! Ah! 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 Mal gehen! Mal gehen! Dann kriegen wir die gelbe Key Cut irgendwie! Oh! Ich dachte der ist tot! Ah wie! Da kommen wir nicht rein! Ah! 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 Mal gehen! Mal gehen! ist es die tür hinter mir zu ich merke es gerade mir fällt das jetzt auf man hört das halt wenn die hinfallen moment jetzt nett wozu brauche ich diesen unsterblichkeitszeugs hier kann ich das kaputt schlagen das war alles eine dumme idee ich weiß nicht warum ich gerade losgestürmt bin das wäre ich unsterblich das war ziemlich blöd blau wir haben eine blaue keycard wozu das ist doch ändert dich in der Tür hier hier ha okay ha Komm wieder her Freund Komm ich da irgendwie weiter? Nein, schaut nicht so aus Ich kenne mich gerade wieder nicht so ganz aus Wo ich hier wann bin Ist mich gerade irgendwie nicht so ersicht... Aha Was habe ich denn... Aha Eine Map, wunderbar Hilft mir jetzt nicht sehr viel Hier wollte ich noch rein Sehr interessant hier Okay, ich speicher mal Es fällt mir jetzt gerade auf, dass ich das vielleicht mal tun sollte Blaue Tür Die war ja gleich hier irgendwo Ich weiß nicht, dass es der Frieden noch einer kommen muss Zack Zack Ich weiß nicht, was der Knopf hier gerade gemacht hat, der Schalter Vielleicht, wenn wir es bald herausfinden Hoffentlich zumindest Also das war ein Level hier Oh Go for gold Ähm Gold war hier irgendwo, oder? Ah doch, da, hier drüben Ja, genau Hoppala Wer will denn da schon... Was war aus? Ach, verdammt Ich dachte Ich verstehe schon, warum diese... Dass sie in der Mitte Schaden macht Oh Ich verstehe es wirklich nicht Ah, jetzt bin ich hier oben Okay Ähm, was ist hier dahinter? Nichts besonders, das ist ein bisschen Munition Toll Wo war denn Rot? War da hinten Rot? Das könnte sein Ah doch, natürlich, hier Hat sich da jetzt vielleicht irgendwas geändert? Hier so Gar nichts Wow Ich kenne mich gerade nicht aus Den Schalter verstehe ich gerade nicht Hat sich das jetzt geöffnet? Oh Gott Sehr schön Das hat sich doch gerade ge... Ich verstehe es gerade nicht Aber egal Haben wir das auch geschafft Spawning Bats Geht eigentlich Ja Ja Hier Tough Barbell Den können wir auf alle Fälle... Oh Schick Schön, dass der wenigstens tot ist Hier vor uns Ich glaube, den Level können wir noch mal Zumindest anschneiden Aha Aha Ich wollte gerade fragen Wieso war ich so viele Raketen Wow Ab nochmal Ab nochmal Ich habe Angst vor dem Kommt ihr da rein? Kommt ihr da rein? Wow Was ist das für ein Ding? Er ist ja mal nicht von schlechten Eltern, der Typ Der ist leicht erschreckend Erschreckend stark Geh weg, du Monster Wann stirbt er denn? Wie viele Raketen frisst er? Vor allem, wenn ich langsam bin Ich glaube, ich habe so viele Raketen schon auf den abgefahren Dass ich das bestimmt noch mal machen will Deswegen Speichern Irgendwann musste er sterben Ja Das war's Du bist so der 2 geschafft Du hast es getan Der hideous Cyberdemon-Lord, der die 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 Basis hat gegründet und du bist triumfant Aber wo bist du? Du steigst auf den Boden und schausten, um die wunderschöne Wahrheit zu sehen Demons fliegt über die Höhe Sie haben sich nie gehört, dass jemand von der Höhe wegkommt Aber du wirst die Basterden entschuldigen, dass sie von dir gehört haben Sie riefst schnell auf die Übersetzung des Hellen. Jetzt geht es auf das letzte Kapitel des DOOM. Inferno. ich speichere ich kann nicht speichern anscheinend kann ich auch nicht viel machen das heißt wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Doom und das dann in Episode 3 bis dann, ciao